Ah! Oh Gott, oh Gott! Lea, du willst jetzt direkt schon fahren! Du hast dich dagegen gefahren! Du Vollidiot! Leute, ihr glaubt es nicht, Lea wird einfach 18. 18 und zwar in ein paar Stunden. Sie denkt aus dem Licht, dass wir kommen. Auf jeden Fall erwartet sie heute nicht, dass wir kommen. Weil ich auf Termin bin. Aber wir sind auf dem Weg, Leute. In zwei Stunden ist ihr Geburtstag und wir werden jetzt die gleich überraschen. Seid zu früh! Ja! What is going on? Oh mein Gott! Wir sind gekommen! Hallo! Das ist allein! Wo war das Weinen? Wo war das Weinen von Freude, dass wir kommen? Ich brauche ein bisschen mehr Reaktion! Juhu! Einmal ein bisschen mehr! Mehr, mehr! Juhu! Tränen, Tränen! Warte! Juhu! 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 Das war beispielsweise für wenn man so eine Tradition bei ihren Mädels gemacht hatte, hatte ich noch ein sehr verrücktes Geschenk für sie. Ein kleines Geschenk, das ist irgendwie ganz komisch, hat Ma Armin gesagt. Ich hab´s komisch eingepackt. Guck ich habe ein kleines Geschenk für dich, mit extrem vielen Pferden. Also muss das noggen. Das genau ist ganz komisch! Ist da irgendein Tier drin? Ach guck, das steht. Hier öffnen, aber warum steht das so komisch? Ist das denn so komisch! Naja, öffnen, ist der Kleber! Ja, öffnen. Warum muss man das... Langsam öffnen. Zoe? Wie ist das denn daran so gefährlich? Warum darf man das nicht... Ah! Ah! Was ist der Fall? Yeah, yeah! Das war mega, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Thank you very much! Und magst du das 100. iPhone, was du bekommst an deinem Geburtstag? Oh mein Gott, it's beautiful! Weil Lea 18 war, konnte sie ja jetzt auch offiziell Auto fahren. Sie kam auf die dumme Idee, mit dem Auto von unserem Dad zu fahren. Direkt am gleichen Abend. Oh Gott, oh Gott! Lea, du willst jetzt direkt schon fahren. Denkst du, das Auto wird gleich noch überleben? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, was machst du da? Am besten rückwärts da jetzt in deinem. Bek, nachdem das dann aber am Ausparken gescheitert ist, haben wir es einfach lieber sein lassen. Zoe hat dir doch ein tolles Geschenk für Lea, und zwar so bei mir. Wie heißt die Dinger? Gobbelts. Angeblich sollen die so an die Wand fliegen und dann wieder runterfallen, dass man halt so ein Spiel damit spielen kann. Die funktionieren nicht. Du bist verarschend. Okay, Freunde, Lea wurde gerade von der Schule abgeholt. Wuuu! Denn es geht jetzt in die nächste Action. Diesmal keine Überraschung, Lea wusste es schon. Aber wir holen jetzt ihr erstes eigenes richtig krankes Auto ab. Und ich sag dir, was Lea sich da ausgesucht hat, als erstes Auto finde ich nicht mehr normal. Richtig cool. Bist du hyped? Ja! Ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich das erste Mal mein Auto abgeholt habe. Und ich sage euch ehrlich, das ist fast genauso krass wie der Tesla. Auf manchen Ecken sogar fast krasser. Vom eigenen Geld bezahlt. Das kann ich ja gar nicht glauben, tatsächlich. What the fuck, Digga? Ist es das? Welches ist das, Digga? Ich weiß nicht, welches es ist. Ist es das? Oh mein Gott, da ist er was? Wie krank. Das sieht einfach aus wie ein Porsche, finde ich. Ich guck dir das mal an hier. Warum hast du nicht das geholt? Lea musste dann noch 100 Unterschriften machen und das Auto gehörte ihr. Lea hat ihre Schlüssel bekommen. Oh mein Gott. Wie lange wird das überleben? Sehr lange. Sehr lange, hoffen wir es mal. Deine Autos. Wo ist das gerade? In der Reparatur. Warum kommen die so Fische? Wir sind Fische, Digga. Es ist so gruselig, bei Lea mitzufahren. Warum? Ich fahr total super. Job ganz kurz, wie mach ich das an? Kannst du das Schiebedach aufmachen? Was? Digga, wie krank ist das denn? Wie ist das denn? Hallo Ora, wie ist das Wetter heute? Nochmal bitte. Du kannst zum Beispiel sagen... Ora, halt die Klappe! Hey, die ersten Schritte. Oh mein Gott. Oh, es ist so leise, es ist so cool. Oh mein Gott, man sieht hier alle. Oh mein Gott, I love it! Wie krank ist das gerade, dass du dein eigenes Auto fährst? I love it so much! Ich hab sogar Massage. Sitze hast du hier drin. What the fuck is das denn? Die Sommerzeit ist viel zu schnell vor. Moritz, der Schlüssel ist weg. Ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist weg. Moritz, du hast den Schlüssel. Yeah, yeah, yeah. Okay, jetzt wird das erste Mal in Leas Leben ihr Ausweis benutzt. Lea kommt jetzt in Alkohol ein. Das allererste Mal. Der wird jetzt zu einer absoluten Alkohol-Kalange. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden glaube ich denken, ich bin mit 12. Es wird so peinlich werden. Kannst du mal in Moritz? Yes. Du kannst ja was unterschreiben. Ich dachte, das wird unangenehm, aber der Kessier hat mich einfach erkannt. Der hat gerade die erste Flasche an Wodka gekauft. Perfekt. Okay, jetzt machen wir mal eine Quickstart. Das Ding ist natürlich ein Elektroauto und ich glaube sogar relativ schnell. Ich bin gespannt. Das erste Mal Vollgas. Okay, and go. And go. Oh. Was war das? That wasn't so good. Yeah, die Reifen sind ein bisschen durchgedreht. Die Reifen sind ein bisschen durchgedreht. That wasn't so good. Oh mein Gott. You crashed, you idiot. Du hast dieses dagegen gefahren. Yeah, yeah, yeah. Du Vollidiot. Das war wohl das Schwarz. Yeah, yeah. We all know you. Ah. Oh Gott. Lea hat dann noch von meiner Mom eine Geburtstagskarte bekommen. Aber sie hat da einen kleinen Haken. Das Beste daran muss gezeigt werden. Was ist denn das? Das ist ein Traum. Nein, nein, nein. Das ist ein Traum. 70 Jahre, ich seh's doch schon. Das ist ein Traum. Entweder, das ist eine Karte für den 70. Geburtstag. Find ich super. Vielen Dank. Man. So Freunde, so sitzen wir ganz gemütlich am Tisch. Leas erste Wodkaflasche steht auch da. Toll. Yeah, 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 yeah. 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 Also Leute, wenn ihr denkt, das war schon die ganze Party von Leas 80ern. Denkt alle, ich bin komisch. Die Leute denken nach diesem Video, dass du ganz komisch bist. Ich bin wirklich nicht so komisch. Nächste Woche gibt es die krankste 18. Geburtstagsparty. Denn ich mache ein Projekt in 30 Tagen zum DJ werden. Alter! Ich bin klar. Lea wird mein erster Auftritt werden. Sie wird absolut krank. Nächste Woche schaltet ein. Let's go. Die Sommerzeit ist viel zu schnell vorbei. Schauen in dem Skypuss in den Wind und schreien. Warum geht's so schnell vorbei? Leute, ihr glaubt es nicht. Lea hat 18. Geburtstag. Alle denken, Lea ist doch... Das war so scheiße. Warum? Lea hat 18. Geburtstag. Ich war so gesche Werk.